Was passiert, wenn man kurz rausklickt aus dem Bildschirm? Das ist ja sehr unangenehm. So, hier können wir jetzt auch nicht mehr machen. So, hier können wir jetzt nicht mehr machen. Ah, Sir, ich... Es sind die Tage wie diese, die Sie glücklich sind, dass Sie sterben sind. Oh, ja, Sir, glücklich zu sterben. Sie sind glücklich zu sterben, richtig? Oh, ja, Sir. Ich fühle mich so glücklich, dass Sie mich kapiert haben, und alle auf dem Bord. Ah, ja, ja, Sir, glücklich. Glad to hear it. Now, was war es Sie mich für? Ah, ja, Sir. Well, you see, wir haben ein Problem auf Melee Island. Problem? Was mögliche Problem könnte es sein? Ich habe diese Sissy Piraten, so scared of the sea, dass sie Angst haben, dass sie einen Bord machen können. Well, es gibt ein neues Piraten in der Stadt. In der Wahrheit, er ist ein Pirate-Wannabe. Young. Inexperienced. Wahrscheinlich nichts zu worry about. Ich weiß nicht, warum ich Sie mit ihm beschäftige. Ich werde ihn sich selbst beobachten lassen. Warte! Ich werde das persönlich behandeln. Meine Pläne sind zu wichtig, dass meine Amateurs verbrannt werden. Ja, Sir. Hm. Untersuche. Was kann man denn hier untersuchen? Ja, dann geh da einfach mal hin. Entschuldige mich, aber du hast einen Freund namens Sven. Was ist das? Irgendwas für Kode? Natürlich ist es ein Kode, du Idiot. Nichts. Gute Nacht. Das ist hier wirklich ein bisschen tricky mit dem zweiten Bildschirm, weil inzwischen hat, glaube ich, jeder irgendwie so zwei bis drei Bildschirme an seinem Rechner und da wird es ein bisschen eklig, wenn man da rausklickt und man landet sonst wo, nur nicht da, wo man hin will. Eiei, 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 eiei. So. Kann man dann hier irgendwie raus? Ja, sehr schön. So, Lichter. Das ist der Zirkus. Da haben wir so was später hin. Eine Lichtung. Und ein Haus. Dann gehen wir erstmal zum Zirkus. Wir müssen uns gleich der Troll hier an der Brücke begegnen. Genau. So. So. You must pay a toll. Stand aside, Troll. I'm a mighty pirate. You're no pirate. While the town drunk could out insult you on his back. And probably would. Oh, yeah? Yeah. You know, you could stand a lesson or two, if that's the best you could come up with. So, na gut, jetzt. None shall pass. Äh. None shall pass. Ja, ja. None shall pass. Pass. Gib. An. Troll. Ah. A red herring. Pass. Der red herring. Da war er. Hm. Ach, das ist Stan. Okay. Willkommen zu Stan's previously owned vessels. Ich bin jetzt auf der Globe für die beste und previously owned marine Transport. Hm-hm. Schau dich um. Ich bin gleich zurück. Stan. We're the brand new American. Oh. Sorry. So. Okay. Nice. Then. Fuel economy. So, nachdem es mir wieder mal gelungen war, auf den falschen Bildschirm zu klicken, habe ich jetzt einfach mal in den Windows-Optionen den zweiten Bildschirm ausgeschaltet und jetzt sollte es auch nicht mehr passieren, hoffe ich. So, ich wollte eigentlich Ne, das ist der falsche, Lichtung. Der Schwertmeister ist irgendwo hier. Ich wollte jetzt eigentlich zu dem Zirkus. Hier ist er. Schön, dass die Maus da wieder zu einer Maus wird. Das kommt mir schon wieder sehr verdächtig vor. Ich komme in den Kannon, aber die Schmerzschmerzen macht, mich schlafen. Na, ich kann es nicht tun. Ich habe meine Hand in den Löwen verletzt, die letzte Woche. Ich denke, dass ein kleiner Schmerz mit meiner Schmerzschmerzen macht. Du gehst in den Kannon. Du hast keine Kannon, du faker. Du gehst in den Kannon. Nein, du gehst in den Kannon. Nein, du gehst in den Kannon. Schlacker. Loser. Ruffian. Flop. Weasel. Weevil. Miscreant. Does this place. Say there, son. How do you like the chance? A once in a lifetime chance. To perform an amazing feat. A death-defying feat. Well, not so death-defying, really. A dangerous feat. No, not dangerous at all. An easy feat. But exciting. With the amazing. Adventurous. Acrobatic. And exceedingly well-known. Fabulous. Flying. Ferrucini, brothers. That's us. My brother Alfredo. And my brother Bill. Sound good? Good. It's very simple, really. See that Kannon over there? All you have to do... Is get in the Kannon. And we'll shoot you out of it. Across the room. Quite safe, actually. So, what do you say? No, it's... How much will you pay me? How about 478 pieces of aid? Okay. Sounds good. Have you got a helmet? Of course I have a helmet. What sort of idiot do you take me for? Well, let's have it. We want to be sure. That it's safe. Wouldn't want you hurt. No siree. Ah, that will work as a helmet. Now, we can do the trick. Step right over here, son. Now, put on your helmet. And get in the Kannon. And we'll take care of the rest. Echo! Echo! It works! Oh, I'm so relieved. Hey! Are you okay? I'm Bobbin. Are you my mother? He's all right! Hooray! We are spared an embarrassing and financially debilitating lawsuit. Here is your money, sir. Just a recompense for aiding us. The basic theory is a fight. We just need to change the aim a bit. I'll try it next. No, I'll do it next. No, me! No, me! Slacker! Loser! Ruffian! Fop! So, jetzt müssten wir Goldstücke haben. Genau. So. Achso, da geht's, glaube ich, nicht weiter, oder? Ne. Na. Die Steuerung ist echt scheiße. Also, das Spiel ist an sich super. Die Grafik sieht auch gar nicht mal so miserabel aus, wie sie alle behauptet haben. Aber die Steuerung ist eine Katastrophe. So. So. Ah, genau. Das ist der Schwertmeister. Das nützt uns noch nichts. Hm. Okay, war noch kein Hotspot. So. Ohhhhhhhhhh Gott, wo war denn der Krämer? Hm... Hm... Na gut, quatschen wir erst noch mit denen. Hier ist übrigens immer 11 Uhr, ne? Rats. Ja, ich liebe Rats. Sie sind sehr intelligente creatures. Eher intelligenter als er. Warum, es gibt eine Geschichte über diese Teilen, dass ein paar Rats tatsächlich crewed ein Land hier, aus Fabled Monkey Island. Nein, das ist nicht richtig. Es war eigentlich ein Grupp von Monkeys. Das ist unglaublich. Aber stimmt. Wenn sie gekommen sind, sie hat das Land für eine sehr gute Pfanne. Nur die ich gesehen habe, dass jemand besser von old Stan in einem Deal. Hehehehe. Ich dachte, es war Rats. Do you guys know den sneaky looking man auf der Opposite Corner? Wanna buy a map, eh? Our maps are top quality. Not like the birdcage liners you get from that clown across the street. Nah, just kidding. These are actually copies of the minutes of the last meeting of the Melee Island PTA. Can't even give them away. Want one? No thanks. See? Told you so. Say, are you guys pirates? No. We're a wandering circus troupe. But this rat scared away the elephant. Shut up! Of course we're pirates. You can't buy clothes like these off the rack. What do you want? What's in the keg? Rum. Jam. Jam. Rum. Rum and jam. It's an old pirate favorite. Everybody knows that. Hmm. I'm really interested in this pirating thing. What do you want? How come you're on this street corner and not on a ship? Looting, pillaging, sacking. That sort of thing. Well, pirating hasn't been panning out so well for us. There are some unnaturally talented pirates in the area right now. Operating out of Monkey Island. So we've been pursuing alternate means of self-support. We're trying to start up a circus. It was working out well until the rat scared off the elephant. Now you've depressed us. Go home. Let's see. There's a jar of bat drippings. A box that says assorted scales. A shaker full of monkey flakes. And some cat knuckles. Cat knuckles. How barbaric. Hmm. A rubber chicken with a pulley in the middle. What possible use could that have? Maybe no one will miss just this one thing. No thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. No thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Gee, I wonder what's in these baskets. I think I hear slithering inside. What may I help you with, son? Wait. Don't say anything. I can sense your name is... Is... Guybrush. Guybrush nose hair. No, no. Threepwood. Guybrush Threepwood. Am I not right? Wow! That was amazing! Do you know any other tricks? I do not deal in tricks. What I know is the truth. Ah. I sense the guilt of stealing my chicken grows. Take it. It's yours. Why don't you want it? Is it jinxed with an ancient voodoo curse? No. The pulley squeaks. So? My mind reading skills tell me, it is your future you are interested in. Are you certain this is something you really wish to know? Yes, tell me everything that's gonna happen to me. I am getting a vision. I see you taking a voyage. A long voyage. I see you captaining a ship. Yeah! I see... What? See what? I see a giant monkey. Yikes. I see you inside the giant monkey. Gross. Wait. It's all becoming clear. Your journey will have many parts. You will see things better left unseen. You will hear things better left unheard. What kind of things? I hate surprises. No. The time is not right to know. When you know your purpose. Come see me. I will let you know then. Yikes. Und weg ist er. So, ich könnte zwar schwöhn, die konnte immer noch nicht sehen. Noch mehr? Mit dem? Now this is the cup of a carpenter. No thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Hello? Guess no one's here. Looks comfortable in a spooky sort of way. So, etwa hier, da kann man da drüben raus, ne? Hä? Ye olde rubber chicken with a pulley in the middle shop. Serving your rubber chicken with a pulley in the middle needs for over 50 years. Might not say anything special about it. Ahoy there, fancy pants! So, hier brauchen wir. Slashmaster. Wenn du eine Sorge möchtest, ist es so scharf wie dein Wett. So, die Schaufe brauchen wir auch. Let's go, fancy pants! Hurry up! Digmaster. The only shovel for serious treasure hunting enthusiasts. Got a good deal on swords right now. What do you want? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. The Swordmaster of Melee Island? Hmm. Now, I don't know. See, nobody knows the whereabouts of her secret hideout. Nobody except me. I'd have to go and ask her if it's okay to show you the way. Hmm. Hmm. I guess I could hike all the way over there. Once. Be right back. And don't touch anything! Let's go to the door. I'm going to get all the door. Let's go to the door. Let's go to the door. Let's go to the door. Das war's für heute. So, müssen wir dem so richtig hinterher schleichen, weil das hier nämlich ein Labyrinth, die Blumen brauchen wir auch noch. Die Blumen brauchen wir nicht. Ich bin einfach hier und eavesdroh. Hallo wieder, Carla. Ich dachte, ich habe gesagt, dass du dich verletzt hast. In der Fall, ich bin hier für ein Business. Dieser Kind kommt in meine Storz, duhst du? Face it, you crusty old lech. You'd make any excuse just to come out here and bother me. Yeah, I guess so. Well, cut it out. I'm sick of it. Take a hike and don't come out here again. Someone might follow you and then I'd become another Melee Island tourist attraction. Hey, it's your loss, baby. Yeah, right. Now scram. So, wo ist meine Morris hier? Ah, da ist jetzt die Schwertmeisterin. Okay, jetzt müssen wir trotzdem noch bei dem Krämer das Schwert und die Schaufel kaufen. Sonst kommen wir da nicht weiter. Und wie ihr seht, immer noch 11 Uhr. Hey, where'd you go? I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake. And when I come back, you're gone. See, if I ever do you a favor again. Slashmaster, when you want a sword as sharp as your width. So, nimm dat mal. Und die Schaufel. Did you just come in here to get out of the cold or do you actually need something? Hurry up! So, ich möchte das gerne kaufen. About this sword. Yeah, what about it? I want it. Great. Best hundred pieces of eight you ever spent. What else do you want? About this shovel. Yeah, what about it? I want it. Great. Oh, it'll pay for itself, believe me. Yeah, you'll dig up 75 pieces of eight in no time. But hey, save some treasure for the rest of us, would you? What else do you want? I think I'd just like to browse. Zoom. Okay, but don't put your lips on anything. Jetzt haben wir das Schwert, jetzt müssen wir die Beleidigungen, die typischen Beleidigungen. Ach, die sind so herrlich, das zu beleidigen. Anybody in here? Hello? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around to see it. Oh, really? That's interesting. Well, see ya. Now, why are you in such a hurry? I'd better get your name. I'm Guybrush Threepwood, and I'm new in town. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Shinetop. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Somewhere safer. Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. So, Shinetop. Very, very funny. So. Da, 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 da. Ja, dann üben wir mal die Beleidigungen. Machen wir mal First Things First und so. Weil wir müssen Beleidigungen üben. Sonst haben wir keine Chance gegen die Schwertmeisterin, weil man besiegt... Du sagst das. Weil man besiegt nämlich die Leute nicht nur, indem man mit ihnen irgendwie kämpft. Sondern man besiegt sie, indem man sie platt macht. So. Aber erstmal müssen wir zum... Wir müssen doch erstmal zu dem anderen Typen hier, um das da zu lernen. Wie war denn das? Genau, der war doch hier. Genau. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword training. 30 pieces of weight. Cannon firing. 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook. 130 pieces of weight. Hook extra. I think I'll knock. It'd only be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Could you train me to be better than the Swordmaster? Shut up! Das war's für heute.